Merkel muss recht! Merkel muss recht! Das ist der Soundtrack zu etlichen Wahlkampfauftritten der CDU-Vorsitzenden. Was sich anhören soll, wie der geballte Zorn einer Merkel-müden Wählerschaft entpuppt sich bei näherem Hinsehen als ein sorgfältig arrangierter Lärmteppich von rechts außen. Das Ziel sind unter anderem wir. Wir Berichterstatter sollen transportieren, dass das Wahlvolk nach zwölf Jahren Kanzlerschaft die Nase Vollhabe von der Pfarrerstochter aus der Uckermark. Recherchen von Monika Antes, Erik Beeres und Heiner Hoffmann, die nicht im Osten, sondern ganz tief im Westen beginnen. Schreien, pfeifen, Sprechchöre. Mal wieder lautstarke Proteste bei einem Wahlkampfauftritt von Angela Merkel. Diesmal ganz tief im Westen. Wir sind in Dillingen im Saarland. Rund 2000 Menschen sind gekommen. Die meisten wollen der Kanzlerin zuhören. Doch eine Gruppe von rund 50 Personen macht vor allem eines, Krach. Wir wollen wissen, wo die Demonstranten herkommen, ob sie einer Partei angehören. Sind Sie bei einer Partei? Kann ich nicht angeheben. Sind Sie aus Dillingen? Nein, das bin ich für die ja. Das kann ich nicht erzählen. Aber wenn wir keine Werbung machen, mal herkommen. Die CDU erzählt ja auch nicht, wo die Busse herkommen. Sind Sie von der Partei? Das ist das, was man hier zu euch sagt. Eine Antwort bekommen wir nicht. Nur Pfiffe. Ist das der spontane Protest wütender Bürger oder steckt doch mehr dahinter? Darüber reden wir mit Professor Andreas Zick. Der Wissenschaftler hat zu den aktuellen Demonstrationen bei Wahlkampfauftritten geforscht, Internetauftritte ausgewertet, Befragungen durchgeführt. Wir haben nur noch an den Rändern spontane Wutbürgerinnen und Wutbürger, die da hinlaufen, weil etwas stattfindet. Nein, wir sehen starke Organisationen. Wir haben ja jetzt auch mit dieser Merkel-muss-weg-Kampagne ein Motto, was die unterschiedlichsten Gruppen verbindet. Wir sehen da alte NPD, wir sehen AfD. Das sind nicht die Parteien, aber wir sehen, da sind schon wichtige Personen dabei. Einer dieser wichtigen Personen im Hintergrund ist Manfred Roos. Er ist Bundesvorsitzender der Partei Pro Deutschland. Sie wird wegen Muslimenfeindlichkeit vom Verfassungsschutz beobachtet. Manfred Roos gehört seit Mitte der 90er Jahre zu den Strippenziehern der rechten Szene. Er war Funktionär bei den Republikanern und der Protestbewegung Pro Köln. Wir sind mit ihm in seinem Berliner Büro verabredet. Von hier aus organisiert Roos die Kampagne Merkel muss weg. Der Slogan wird hier auf T-Shirts und Flyer gedruckt. Außerdem vertreiben sie rote Protestkarten mit der Aufschrift, nicht meine Kanzlerin. Verkauft werden die Sachen über einen eigenen Online-Shop. Was haben wir denn noch hier? Unsere Flugblätter. 1,2 Millionen haben wir davon gedruckt. Das ist eine der höchsten Auflagen, die wir jemals gemacht haben. Für die Versammlung sind in der Tat diese roten Karten da. Und dann erklärt er uns, dass Pro Deutschland regelmäßig zu Wahlkampfauftritten von Angela Merkel Aktivisten schickt, um Stimmung zu machen. Einer seiner Aktivisten ist Thorsten Pohl aus Remscheid. Er ist für Pro Deutschland im Stadtrat. Wir begleiten ihn am vergangenen Freitag zum Merkel-Auftritt in Trier. Was ist denn das Ziel heute? So viel Protest auf die Straße zu bringen, dass auch die Systemmedien das nicht mehr totschweigen können. Es geht also darum, die Berichterstattung gezielt zu beeinflussen. Zur gleichen Zeit im Bürgerbüro der AfD in Trier. Die Partei hat eingeladen. Gemeinsam wollen sie sich auf den Kanzlerinnenbesuch einstimmen. Schnell noch ein paar Plakate zimmern. Auf dem Tisch liegen auch hier rote Karten. Auch die AfD will damit ihren Protest zeigen. Weil sie gegen das Grundgesetz schon mal verstoßen hat. Und dann Schuld an der Misere in unserem Land ist. Vor der Wahlkampfbühne in der Innenstadt. Thorsten Pohl hat inzwischen seine Mitstreiter von Pro Deutschland gefunden. Sie sind extra aus Köln angereist. Die Gruppe mischt sich gleich unter die anderen Besucher, versucht den Protest anzufachen. Ihre roten Karten finden schnell das Interesse der Fotografen. Thorsten Pohl ist zufrieden. Ja, das gibt jetzt richtig Presse. Ja, dafür sind wir doch hier. Thorsten Pohl trifft auf einen Gleichgesinnten. Ihn kennen wir schon. Eben war er noch bei den Vorbereitungen im AfD-Büro. Doch daran kann er sich anscheinend nicht mehr erinnern. Wie viele Leute sind Sie denn heute von der AfD hier? Weil ich bin allein hier. Auch Thorsten Pohl von Pro Deutschland gibt ungern zu, für wen er heute eigentlich hier ist. Ich bin als Bürger hier. Als Bürger bin ich hier. Sie sind von Pro Deutschland hier. Nein, ich bin als Bürger hier. Einfach so tun, als würden hier Bürger spontan protestieren. Das ist der Eindruck, den Pro Deutschland erwecken will. Wir helfen den anderen, ihren Protest zum Ausdruck zu bringen. Die Partei tritt dahinter völlig zurück. Es geht nicht darum, die Bürgerbewegung Pro Deutschland zu bewerben. Solche Kampagnen funktionieren, indem man sie rahmt, indem man eine Geschichte da drumherum erzählt. Und den Bürgerinnen und Bürger glauben macht, dass es nicht organisiert ist, sondern dass das echte, normale Wutbürger sind, die nur die Meinung von großen Massen vertreten. Und so sind die Proteste bei Wahlkampfauftritten vielerorts nicht Ausdruck spontaner Wut, sondern Teil einer gut organisierten Kampagne der rechten Szene. Damit jetzt keine Missverständnisse entstehen, jeder hat das Recht, gegen die Politik der Kanzlerin zu demonstrieren, ohne Wenn und Aber. Diskutieren Sie das Thema doch bei uns auf Facebook.